Die Krankheitszeit ist in vollem Gange, doch du selbst kannst das Risiko, dich anzustecken, senken. Spätestens seit der Pandemie kennen und halten sich die meisten an die AHA-Regeln. Diese Hygiene-Alltagstipps solltest du beibehalten. 1. Mach Händewaschen zur Routine Immer wenn du nach Hause kommst, nachdem du auf der Toilette warst, vor der Zubereitung von Essen und vor der Mahlzeit, wenn du Windeln gewechselt hast, nach dem Kuscheln und Füttern von Haustieren, vor und nach dem Kontakt zu kranken Menschen. 2. Richtig Händewaschen Das ist das effektivste Mittel, um sich vor Infektionen zu schützen. Doch einmal kurz die Hände unter das Wasser zu halten, reicht nicht. Nimm dir eine halbe Minute Zeit, sei gründlich und sei für Daumen, Handrücken, Fingerspitzen und Nägel sowie die Fingerzwischenräume ordentlich ein. 3. Trage einen Mund-Nasen-Schutz Die Maskenpflicht wurde zwar gelockert, wenn du dich vor einer Infektion schützen möchtest, ist die Schutzmaske aber ein wirksames Mittel. Bleib gesund!